Norddeutscher Rundfunk Wir haben den Autor noch gebangen Das waren die Schwingen Frucht Nach der Reis Erdübernungsfeldsfaser Sack Moral Prima Und gut Schmeckt am Mund Ach, viel zu viel Schmeckt am Mund Überall heute haben wir Drei, vier, 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 drei, 0 Ja, das verflößt ich ja jetzt Weiß wegen Radfeuer 3, was ist denn was Aber probiert gar nicht Ach, da, ich hab was den Reis Oh, was ist das? 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 O-O-O-O-O-O-O-A-I So werden wir zum Hakao mit dem Haken Ja, das ist das Buken Kurs Vielen Dank.